Ja hallo, ich hab's tatsächlich geschafft und hab die Occupy-A-Kunde in Frankfurt und ich hab mal den Schwanzlinger abgegeben und ein paar Sachen gespendet, ne? Kann man's gebrauchen, hm? Ich seh grad, die packen mal ne Tasche aus. Das freut mich natürlich, wenn man die Sachen brauchen kann auch. Das ist hier das Gelände, ne? Vielleicht kann man auch nicht alles gebrauchen, aber ich hab mal ein bisschen getan. Da sind mal so ein paar Impressionen hier vom Gelände, ne? Ich hab's da, es war dann doch ganz gut zu finden von der Straßenbahnhaltestelle aus. Es war nur eine Station vom Hauptbahnhof. Und da sieht man die Zentren der wirtschaftlichen und sonstigen Macht, ne? Aber man sieht auch, dass da Leute sind, die die Nase voll haben. Und so gehört das auch, ne? So. Juhu! Juhu! eehahahahaha Musik gibt's auch. Also ich kann nur sagen, je mehr Leute, desto besser, wie man sieht, sind schon einige da und es dürfen ruhig noch immer mehr werden. Und Schicksachmusik gibt es auch, ich bin ein bisschen spät dran, wahrscheinlich sind die interessantesten Sachen schon rum, aber es ist wirklich erfreulich zu sehen, dass da einiges los ist. Auf der Bühne und neben der Bühne gibt es Kontur. Es ist eine ziemlich kleine Bühne, aber man sieht, man kann auch mit kleinen Mitteln was machen. Es ist eine sehr gute Idee. Wenn man sehen, ist das eine sehr vielfältige Angelegenheit, aber alle gemeinsam ist, denke ich, dass sie die Nase voll haben. Hier sieht man mal endlich von den Zelten, hoffe ich, wenn das Licht nicht zu schmach ist. Ich bin wirklich beeindruckt. Das ist eine super Sache, finde ich. Da sind schon viele Zelte aufgeschlagen und ich denke, es würden auch immer noch welche dazwischen passen, wenn in Anführungszeichen zu viele Leute sich hier anschließen. Das wird bestimmt auch noch gehen und das Ganze eben im Schatten, im Schatten der Giganten. Ich spreche jetzt hier nur ein paar Impressionen. Am besten wäre es einfach, ihr kommt alle selber her und schaut euch das selber an und macht einfach mit, weil ich denke, es ist soweit. Und es ist reichlich Zeit dafür. Das war sehr gut. Occupy Frankfurt, Occupy Frankfurt, Occupy alles was uns das Leben stiehlt. Wo sie es nicht aufstehen, kann man den Ort ausstehen. Die Stadt ist nahe, man muss das noch nicht aufstehen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020